Hallo, herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Heute mal was außer der Reihe und zwar was zu Siemens Logo und LogoSoft.com vor. Folgender Hintergrund, ich habe mir ein Logo gekauft, weil ich eine Heizungssteuerung damit machen wollte. Ich habe das Programm geschrieben, das Programm ist ja auch egal, ganz kurz mal gezeigt. Ich habe mir eine Logo gekauft, mit Software im Bundle dazu, wunderbar, das Ding kam an. Ich habe die Software eben installiert, wunderbar, das funktionierte alles ganz gut unter Windows 10, das ging. Unter Linux muss ich sagen, habe ich es überhaupt, naja, furchtbar zum Laufen gebracht. Also für alle Linux Benutzer da draußen, LogoSoft.com vor ist nicht unbedingt für euch gemacht, würde ich sagen. Oder nicht unbedingt für Linux gemacht. Also es gibt zwar eine Linux Version, aber man muss halt viel selber dann rumwerkeln, bis die tatsächlich läuft. Also heißt, manche Verknüpfungen funktionieren auf der CD nicht, manche Libraries werden nicht mitgeliefert, andere Sachen verweisen, auf uralte Dateien, die es ganz, also seit, ja, 10 Jahren oder so schon nicht mehr gibt. Ja, ist egal. Jedenfalls unter Windows 10 funktioniert es. Und wenn ich hier jetzt einfach mal auf Online gehen drücke, dann seht ihr genau das, was ich vorher auch gesehen habe. Und zwar, dass ich hier eine Logo habe und die kennt er nicht. Wenn ich hier auf Eigenschaften gehe, dann seht ihr hier, also das ist jetzt hier ein bisschen Mitte, ich sehe das mal ein bisschen in Mitte vielleicht. So, dann seht ihr hier, also so sieht es bei mir auch aus, da ist bei mir das Fenster. Aber, ähm, jawohl, das ist die Logo, das hat die und die, äh, äh, ja, äh, IP-Adresse und Subnit-Mask und so weiter. Okay, das funktioniert alles, er erkennt das Ding, dass es da ist, aber ich konnte es nicht hinzufügen. Also ich konnte es einfach nicht, also es ging einfach nicht. Und zwar, ihr seht schon, ich habe jetzt hier die Logo 8.3 mit drin. Auf meiner CD war eine Version von Logo Soft Comfort, die 8.21 und damit konnte ich maximal die Logo 8.1 und 8.2 auswählen. Woran ihr erkennt, dass ihr eine Logo 8.3 habt, also so wie ich jetzt in meinem Fall. Bei mir ist es so, ich habe hinten an der Bezeichnung, also meine Logo hat eine lange Bezeichnung. Ich muss mal gerade, Moment, ich nehme mal mein Mikro mit, wenn es geht. Äh, nee, geht nicht ganz. Ähm, Moment, ich lese mal kurz. Upsala, sorry, 6, ED, 1, 0, Moment. 5, 2, Bindestrich, 1, CC08 und dann den 0BA1, also Bindestrich 0BA1. Und dann den Bindestrich 0BA1, könnt ihr sehen, die ist hier nicht mit drin. Also hier steht 0BA8, 0BA7 und eine 8.FS4. Aber die 0BA1 ist nicht mit dabei. Das ist dann die 8.3. Und die 8.3 ist bei mir nur in der Software drin, weil ich auf der Siemens Internetseite eine Anfrage zum Download gestellt habe. Ich verlinke das im Video auf jeden Fall, die Seite. Und zwar muss man sich da registrieren, das dauert bis zu zwei Tage, bis man dann diese Freischaltung hat. Also dass man sich, bekommt man per E-Mail zugeschickt eben, dass man sich registriert hat und man jetzt das benutzen darf. Und dann, wenn man das benutzen darf, dann könnt ihr eine Anfrage zum Download stellen. Also wenn ihr euch registriert habt, euch anmelden könnt, dann könnt ihr eine Anfrage zum Download stellen. Und mit dieser Anfrage zum Download erhaltet ihr das Update zu der Version 8.3. Okay. Und die 4, wie er zum Download nochmal so nochmal gesagt, das ist die 1.83.01. Und ich denke, das ist vielleicht hier auch gemeint. 8.3.01. Also würde ich hier wieder erkennen. Vielleicht. Also ich füge mal das Gerät hinzu. Und wenn ich nämlich jetzt online gehe. Oh, ich habe die falsche Nummer eingetragen. Ja, Standard-Einstellungen. Sorry. Sorry dafür. Wir machen hier die 3 draus. 2 ist natürlich falsch. 2 ist mein Computer. Also, ein anderer Computer. Genau. Und jetzt hat er es übernommen. Jetzt kennt er es. Okay, das ist die Logo 8.3.01 oder wie auch immer. Und dann könnt ihr hier auch das Programm reinziehen oder reinbasteln und es eben direkt an der Logo oder direkt in die Logo rüberspielen und direkt auch testen und so weiter und so fort. Sehr, sehr cool. Boah, das hat aber gedauert. Also die Freischaltung, bis ich den Download durchführen durfte, waren jetzt glaube ich 4 Tage oder 5. Also nehmt euch da ein bisschen Zeit. Und nicht verzagen. Also, wie gesagt, ich habe die Logo gekauft im Bundle mit der Logo die CD und die CD hat nicht zu Logo gepasst. Die Software hat nicht zu Logo gepasst. Von daher, ich glaube auch, das liegt daran, dass die CDs nur mit der 8.21 Software ausgeliefert werden. Dass die 8.3 Software gar nicht ausgeliefert wird momentan, weil das irgendwie länderspezifisch, ja, irgendwie, keine Ahnung, ein Thema ist oder so. Manche Länder dürfen die Software wohl nicht bekommen oder wie auch immer, ja, keine Ahnung, es ist ja auch egal. Also für uns in Deutschland ist ja das irrelevant, also wir dürfen ja das dann downloaden. Ihr müsst nur wissen, wenn das nicht funktioniert, versucht mal die aktuelle Software, die Software 8.3. Und bei mir hat das Wunder bewirkt, bei mir hat das funktioniert. So, nochmal kurz was zum Update. Und zwar, ihr seht hier Update Center auch. Das war auch in der vorherigen Version ausgegraut. Also nicht davon täuschen lassen vom Update Center, sondern hier auf Info übergehen und dann seht ihr hier eure Version. Und bei mir stand hier die 8.21. Und eben im Internet gibt es eben zum Download die 8.3. Und das müsst ihr wissen. Das müsst ihr wissen. Ansonsten steht ihr genauso dumm da wie ich. Und probiert, keine Ahnung, alles Mögliche. Ich habe Kompatibilitätsmodus, Stratorechte, Windows Defender, Deaktivierung, bla bla bla, alles Mögliche. Habe ich versucht, die Logo nicht über das Netzwerk anzuschließen, sondern direkt halt, also nicht über den Router und so weiter anzuschließen, über den Switch, sondern direkt am PC anzuschließen. Auch das bringt gar nichts, bringt euch nicht weiter. Ihr braucht diese Software. Ohne die Software funktioniert es nicht. Ja, okay. Das dazu. Und jetzt wisst ihr auch, was ich die letzten Tage so getan habe und warum es gestern und kein Video gab und warum es heute wahrscheinlich, ja, wenn dann nur sehr verspätet, weil ich sehe gerade, wir haben schon fast 15 Uhr, sehr verspätet ein Video geben wird, weil ich, ja, ich muss mal gucken. Also das Video, was ich von Scum habe, was ich hochladen möchte, das ist, ich glaube, eineinhalb Stunden oder so lang. Und das möchte ich eigentlich ein bisschen kürzen, habe ich ja beim letzten Mal auch so ein bisschen gemacht und nicht, ja, ich hätte es noch ein bisschen mehr kürzen wollen, aber irgendwie wollte ich auch nicht zu viel wegnehmen, was halt irgendwie trotzdem, ja, informativ vielleicht auch war zum Anschauen. Oder halt vielleicht lustig war. Also von daher, ich wollte einfach nicht zu viel wegnehmen einfach auch. Und deswegen ist die Folge halt dementsprechend lange, weil ich halt auch nicht auf die Uhr geguckt habe beim Spielen. Also manche Spiele sind einfach so, du spielst und gerade Multiplayer ist ganz furchtbar. Multiplayer, wenn ich spiele, dann vergesse ich komplett die Zeit und ratze fatze habe ich zwei Stunden Video zusammen oder so und denke mir so, shit, wer hätte es zwischendrin mal Pause machen müssen? Okay, also, herzlichen Dank fürs Zugucken. Ich hoffe, ich konnte vielleicht den einen oder anderen weiterhelfen. Ich hoffe, das hat euch vielleicht den Tipp gegeben. Ja, boah, ich war fast am Verzweifeln. Ich habe die Software probiert. Ich habe sie, wie gesagt, auf Windows 10 habe ich es versucht. Ich habe es mit sämtlichen Kompatibilitätsmodi, die Windows 10 so hat, versucht. Gut, Windows 10 und Kompatibilität, das ist ja schon wieder ein anderes Thema. Das funktioniert ja seit Windows 10 nicht mehr so toll. Windows 7 oder Windows 8 hat dann auch sehr gut funktioniert, die Thema Kompatibilität. Oder, ja. Ja, jedenfalls, ich habe es dann auch noch unter Linux versucht. Mein Betriebssystem war Ubuntu. Ich habe es nach, keine Ahnung, zwei Tagen oder so zum Laufen gebracht. Es hat dann funktioniert soweit, aber ich habe auch keine Verbindungen herstellen können. Und ich habe auch verschiedene Bugs noch gehabt, also, dass verschiedene Fenster halt einfach verschoben waren oder nicht richtig angezeigt wurden und, und, und. Also, ja, es ist halt einfach vielleicht nicht für Linux gemacht oder so. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Wobei es eigentlich ein Java-Ding wäre. Also, eigentlich müsste es auch auf Linux funktionieren. Aber, ja, naja, wie auch immer. Ich hoffe, ich konnte euch helfen und sage Dankeschön fürs Zugucken. Wir sehen uns dann im nächsten Video dann wieder mit Scum. Erstmal würde ich sagen, also, bis wir Scum durch haben, also, was heißt durch, für uns einen Abschluss finden. Der wird sein, dass wir in einem Bunker drin waren. Und, ja, dann ist, glaube ich, Ende. Weil recht viel mehr bietet das Spiel momentan noch nicht. Ja. Also, bis dann. Macht's gut. Ciao.